Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RAV. Wir sind nur noch knappe 270 Meter von unserem Ziel entfernt. Irgendwo dort vorne wird es wohl sein. Ich kann schon ein bisschen was erkennen. Ich muss das Segel ein wenig neu ausrichten. Dort drüben soll es sein. Ja, okay. Also, ich habe die eine Insel, wo wir zuletzt waren, leer gesammelt, habe mit den Ressourcen einen Großteil der äußeren Barriere aufgebaut, damit der Heil nicht da mal rumknackert. Also, von hier einmal dort lang bis hier vorne. Ich habe den umgesetzt auf den hier drauf, so dass man hier besser arbeiten kann. Dementsprechend habe ich jetzt Trinkwasser gelohrt. Bäumchen pflanzen. Dann habe ich noch meine ganzen Kisten nach hier oben geschafft, um möglichst effizient zu sein. Und wir müssen mächtig unser Segel ausrichten. Und fahren wir daran vorbei. Rotation. Ja, wie sagt der? Okay. Da bin ich immer gespannt, was wir jetzt hier so zu sehen kriegen. Machen wir mal das hier aus. Batterie... Oh ne, das war nicht so gedacht. Batterie schon, wollte ich sagen. Place. Gut. Meine Planke, wenn der jetzt fertig ist, schaffe ich den nach oben, um nach und nach hier unten alles frei zu bekommen. Und... Oh, sieht aus wie eine alte Ölplattform. Das aussieht mit einer riesengroßen Patellitenschüssel auf dem Dach. Nicht schlecht. Renu. butterellig. Lech. So... So. Und... Schaffen wir den... Oh. Kontaktieren... Da. So. Kabam. Wie sieht es aus. So sieht es aus. Oh. So sieht es aus. Legen wir am besten da vorne an, das sieht gut aus. Hey unser erstes neues POI. Duropsenke. Sehr schön. Gut nehmen wir das. Remove. Wir müssen erstmal hier alles ein bisschen klar Schiff machen. Schließlich wollen wir alles möglichst gut weiter funktioniert, wenn wir das gerne hätten. Wir brauchen die noch. Good stuff. Das hat mich eine Menge Metall gekostet, die ganzen Sachen hier zu verstärken. Aber was muss das nicht? Schaffen wir mal den ganzen Kram aus unserem Inventor. Wo? Der ist hier hin. Der kommt hier mit. Der kommt woanders hin. Der kommt woanders hin. Wer weiß was uns da drauf erwartet. Holz. Stein. Stein. Gut. Ready, go. Here I am. Das gibt's hier schon. Das geht mal weg hier. Oh, Scrap. I like that. Oh. Ein Dingy. Könnte ich gut gebrauchen. Codershark. Nein. Bruce. Bruce. Bruce Wayne. Is it you? Nice. Oh, hier. Zeug, Zeug, Zeug. Jetzt sieht das nicht toll aus. Herrlich. I love it. Kann ich den haben? Das ist ein guter Speer. Knicks. Knicks. I got you, Bruce. Bruce. Ich bräuchte nichts. Hier ist nichts. B1. B1. With your nature. Note. Okay, gucken wir später nach. Erstmal ist. Ein Blick hier drauf. Arrrrk. Äh. Gehen wir hier hoch. So. Plitschi, platschi. Was ist das? Crate. Neu. Hier. Absolut nichts. Okay. I fall down and make me. Boom. Okay. D1. Ah, da war ja noch eine Unteretage. Note. Es ist gut, dass das so gehighlighted ist. Brauch man nicht... Ah. Are you kidding me? Ah, 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 ah. Nein. Fuck bono, don't be back. Okay. Ich muss sterben. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Der Flicks noch mal. Oh Gott. Nun ist es natürlich unpraktisch, dass das da oben steht. Irgendwas ist aber... Run. Open. Eat. Shark. Ja, wo war ich? Hier war es drinnen. Nein. C1. Da war was. Oh, die Treppe hinauf. Okay. Also, Treppe hinauf. Und... wnszu. Duh, 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 Duh. What? No way. Jumping jack. [...] E 아무 Dreh. Ah ja, genau. Für eine Ölplattform braucht man eines. Auspuff. War ר comme ça. Nاح... Meine Öl-Plattform machts so viel Dreck. Ne Menge hier. was war das ganz easy peasy jedoch ja die ja die ja das war's mein bötchen Was weggefressen ist nicht so aus sehr gut dann kann das dauern ein so ein dämliches Stückchen heizubruzeln geht doch x x jawohl so first things first passt das ja perfekt super super soche dann brauche ich das dann brauchen wir hier nicht dann können wir hier schieben da headlight ok research table so perfekt das haben wir unter wasser noch einige sachen jetzt ist die frage gut machen wir lieber noch mal schwer mehr dann brauchen wir Was brauchen wir für die Bottle? Wine Girl. Die Bottle. Perfekt. Was hier? Hier noch da. Genau. Ich höre mich an. Nichts da. Nichts. Also was? Fsys. Give me... This one. That one. Anyone. Das, das, den, die. Hör zu. Das kommt nach da. Und dann. Oh nein. Das ist gerade ernsthaft getan. Miss clicked. Gut. Oh je. Vielleicht baue ich einfach einen zweiten davon. Gut. Ich wollte... Nägel wollte ich. Nägel. Good. Stop. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und... Was haben wir denn hier? Haben wir den Anker schon hochgezogen und kommen hier nicht weg oder was? So. Okay. Was haben wir denn? Wir wollen... Das ist also die Radio Tower. Also... 7, 4, 99. Okay. Äh... 7, 4, 99. Okay. Äh... 7... Mache vier. Gut. Wir müssen... Nach da. Okay. Naja. Wir sind ja schon mal ansatzweise auf dem richtigen Weg. So. Was sagt der? Ich muss das Segel hier hoch holen. Das ist einfacher. Perfekt. Gut. Hallo. Was ist denn? Na jetzt. Wir brauchen mehr Metall, jegliche Art und Weise. Damit wir... Mal clased... Dings kriegen. Ja. Oh. Das ist ja schon mal... Guter. Damit wir mehr unsere... Boca gegen den Hai schützen können. Ich hoffe mal nicht, dass der... Innerhalb der Plattform irgendwas beißt. Weil dann müssen wir mächtig fehlen. Investieren. War ja doch nicht so gut. Meine Idee mit... PL... Äh... Nicht den. Den. Palm Seeds. Wir brauchen noch einen Samen. Den. Wir brauchen Trinkwasser. Die Pflanzen. Erst sind die Pflanzen dran, dann komm ich. Gut. Auch das. Flasch ist auch leer. Und wieder voll damit. Good stuff. Remove Setsing. Fantastisch. Das Segel kommt. Hier. Und Rotate. Dort hin. Und wie sieht's aus? Okay. Ein bisschen weiter in die Richtung. Quatsch. Mann ey. Immer diese Tasten. Was ja jetzt passiert. Gut, gut, gut. Ja. Hm. Kupfer nicht übel könnte es eigentlich 2 ist ein bisschen wenig Sicher ist sicher. Ehrlich, das läuft doch alles. Können wir ein paar Ehrlegen hier pfeifen. Okay. Wie sieht's aus hier? Etla. Open. Okay. Researched. Okay, wir müssen eine Batterie haben. Einen Eif. Einen Healing Safe. Und so. Geht hier los. Neues. Gut. Die drei Bäume sind schon mal okay. Das Segel zeigt in die richtige Richtung. Wir brauchen noch eine Insel. Boah, eine ganz dringende Insel. Okay. Ich werde mal weiter in die Richtung segeln. Wir sind noch knappe anderthalb Kilometer entfernt. Und dementsprechend wollen wir mal schauen, dass wir da auch ankommen. Gut. Wenn wir eine Insel finden oder diesen besagten neuen Platz, sind wir wieder da. Also, wenn es euch gefallen hat, Like-Button drücken. Gerne abonnieren. Bis morgen. Auf Wiedersehen. ö Auf wird.